Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute gibt es News zu Gamebred Hoyer Masvidal, dem BMF in der UFC. Der will bald wieder kämpfen, aber gegen wen und wann, das gibt es in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Lasst vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Hoyer Masvidals Management, Malki Kawa, hat bekannt gegeben, dass Masvidal gerne in Richtung Ende des Jahres wieder kämpfen möchte. Also entweder im Oktober oder im November und zwar gegen Option 1, Kobe Covington oder Option 2, Nick Diaz. Und das sind zwei sehr spannende Optionen. Vor allem, weil die beiden sich auch skilltechnisch wahnsinnig groß unterscheiden. Also Kobe Covington wäre ein so hartes Matchup für Masvidal, ein absolutes Horrormatchup, während Nick Diaz ein total gutes Matchup wäre. Wir dürfen nicht vergessen, Kobe Covington ist ein super starker Ringer, mit dem hätte Masvidal starke Probleme. Covingtons Striking ist auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie das von Masvidal. Aber wenn wir uns den ersten Fight zwischen Usman und Masvidal anschauen, dann stelle ich mir genauso Covington gegen Masvidal vor. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Striker mit Nick Diaz. Natürlich, Nick Diaz ist eine Legende, hat schon gegen die Besten gekämpft. Also Diaz gegen Anderson Silva oder George St. Pierre oder BJ Penn, er hat alle gekämpft. Aber das große Problem ist, Nick Diaz hat das letzte Mal vor 10 Jahren gewonnen in der UFC. Also das Problem ist, sein letzter Kampf ist jetzt schon 6 Jahre her. Sein letzter Kampf ist 6 Jahre her, das war ein No Contest gegen Anderson Silva. Anderson Silva hatte eigentlich den Kampf gewonnen, dann wurde Anderson Silva positiv getestet. Und davor, der Fight war auch schon 2 Jahre alt. Das heißt, er hat 2015 gegen Anderson Silva gekämpft, 2013 gegen GSP, hat verloren, 2012 gegen Carlos Condit. Und seinen letzten Sieg konnte er 2011 einfahren, damals gegen BJ Penn. Und ja, das ist doch schon eine sehr lange Zeit. Innerhalb von 10 Jahren nur 3 Kämpfe in der UFC, das ist wenig. Dann direkt gegen einen Top 5 Kämpfer wie Masvidal anzutreten, der gerade erst von einem Titelfight kommt. Boah, ich weiß ja nicht, ob die UFC das unbedingt möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Masvidal gegen Diaz ein wahnsinnig großer Pay-Per-View wäre, einfach weil Nick Diaz eine Legende ist und die Leute sind heiß darauf, Nick wieder kämpfen zu sehen. Aber aus sportlicher Sicht kann Masvidal daraus nichts gewinnen, außerhalb einen dicken Pay-Day. Covington wird, denke ich, ein Usman-Rematch bekommen. Ich denke, Kobe Covington vs. Kamaru Usman ist the fight to make. Das sieht auch Dana White so und wir werden auch diesen Kampf sehen. Dementsprechend sehen wir höchstwahrscheinlich Kobe Covington vs. Kamaru Usman 2. Und Nick Diaz vs. Jorge Masvidal. Nick Diaz will dieses Jahr noch in der UFC kämpfen. Aber er hat gesagt, vielleicht will er auch im Boxen antreten. Je nachdem, wie das Angebot der UFC aussieht. Ja, das lässt uns nun eine Frage im Raum offen. Und zwar, was ist mit Leon Edwards? Leon Edwards, der hat ja gegen Nate Diaz gewonnen. Der verlangt jetzt einen Titelfight. Mal schauen, ich denke nicht, dass er einen bekommen wird. Vielleicht bekommt er ja den Sieger aus Thompson gegen Burns. Die beiden sehen wir jetzt am Wochenende gegeneinander kämpfen. Aber auch wenn Wonderboy z.B. gegen Burns gewinnt, ich würde mir für Wonderboy viel eher wünschen, dass er einen Titelfight bekommt. Dass er nochmal die Chance bekommt. Anstatt, dass er da gegen Leon Edwards ran muss. Komplizierte Situation, aber wie seht ihr das? Welchen Kampf wollt ihr im Welterweight am meisten sehen? Schreiben wir eure Meinung unten rein. Folgt Will auf MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020